Guten Morgen Mädels, Hallo! Okay, also Ladies, und los geht's. Sie hat mich ausgelacht. Ja klar habe ich mich auch gelacht. Sie hat mich ausgelacht. Begrüßt erst mal die Mädels. Hallo. Hallo. Kreis mit dem armen. Erinnert ihr euch noch, wie sie gelästert hat am Freitag? Und ich wunderte mich, warum das Bett so voller Blut ist. Dann ist sie doch tatsächlich in die Lampe gelaufen und hat so gejammert. Erinnert ihr euch noch? Aber bei mir hat die Blut gespritzt. Ja, pass auf. Erinnert ihr euch? Ja, das ganze Bett war dann blutig. Ich musste so lachen. Der Bömer stand, dass es Licht anmacht. Nein, ich habe ihn verschumpft, weil die Kinder schlafen, weil er voll gegen die Lampe gelaufen ist. Und so einen Krach gemacht hat. So war das ungefähr? So ungefähr war das am Freitag? Ich kann nicht sagen, wie es am Samstag war. Schaas! Schaas, meine Mädel! Meine Mädel! Meine Mädel! Ich war ganz gut. Meine Mädel! Meine Mädel! Meine Mädel! Nicht so frauliche Stimmen, weil sie verstehen sie nicht. Doch, sie verstehen schon, weil sie kennen dich ja. Ich musste nicht lachen. Ich habe etwas verkrampft. Oh, guck mal! Voll der Sklave Wunde. Wie ein Cut. Der sieht aus, wie wenn ein Mager auf wäre. Da kommt in der Reihe raus und alles blutet. Wisst ihr, es ist ja so, dass die Lampe so eine Kante hat, eine scharfe, runde Kante. Eine scharfe, runde Kante passt nicht ganz. Und eine scharfe, runde Kante, wenn man da so hinkommt, der wumm macht. Wumm macht! Komm Schatzi! Wumm macht! Wumm macht! Aber ich fand es nicht so lustig. Ich fand es total lustig. Die Kinder, sie haben sich gar nicht getraut hochzukommen und zu sehen, was da passiert. Weil ich gerne noch von unten, Mama, geht's dir gut? Mama, ist alles gut? Reste Runde. 30 Sekunden. Wir haben die Bizeps curled und gehen hoch zum Nackendrücken. Nehmt Wasserflaschen, Ladies. Oder Kurzhantel. 30 Sekunden. Okay. 30 Sekunden. Dann musst du nicht zählen. 30 Sekunden. Bereit? Ich bin weg. Deine Plattform auf meiner Plattform. Nein, du sollst dich hier spazieren. Nein, ich spaziere nicht. Dann bin ich langweilig alleine. Du bist nicht langweilig. Komm. Wenn ich Mann wäre, würde ich immer rüber. Was? Komm jetzt. Oh, los. Hoch, runter, drehen. Hoch, drehen. Hoch, drehen. Und hoch, drehen, Nackendrücken. Und wieder runter. Hopp. Genau. Ja. Leichtige Squat, bitte. Bauchspannung. Po unter eurem Rücken. Und ab. Und nochmal. Hoch. Und weiter. Schatzi, was ist da passiert? Was ist passiert? Da wartet man. Äh, ach so. Weiter. Ja, jetzt muss ich aber nochmal 10 Sekunden, gell? Ja, ja, ja. Jetzt machen wir einfach weiter. Okay. Und mit schnellerem Tempo. Dann machen wir umso mehr. Ja, umso schneller, umso besser. Umso schneller, umso besser. Umso schneller, umso besser. Wirklich? 2,30 Sekunden. Muss ich mich nachholen? Nein, 10 Sekunden nach Schnappkult. Habe ich? Ja. Okay. Ich fange ein bisschen hier. Fängst du auf, habe ich Probleme. Drei Runde. Ich bleibe nur sitzen, weil du auf meiner Plattform bist. Ja, finde ich halt nicht so. Nein, wir haben doch ein Gespräch. Wir haben doch ein Gespräch. Wir reden doch. Okay. Also. Zweite Runde. Und los. Und los. Kommt, Liris. Morgen ist Pilates dran. Was knackst du denn bei mir ständig? Ja, was soll ich jetzt sagen? Was soll ich sagen? Oh, Schatzi. Oh, 50 Sekunden noch. Schöne Bizeps Curls. Ionischwung an der Schulter ohne Schwung. Ja, der Ding ist doch mal wieder. Oh, Schatzi. Das sind so Bizeps. Ich mag das. Oh, Zeit. Okay. Kurze Pause. Kurze Pause. Und weiter geht's. Ja, dritte Runde. Strengt euch an. Weihnachten ist bald da. Dann ist das zu euch. Die Kilo kommen von alleine. Und los. Und weiter. Am Samstag haben wir ganz gegessen. War lecker. Muss ich mir was sagen. Die Kilos mit weg. Auf die Kilos bezogen. Weihnachten. Ich habe mit Gemüse gegessen. Ja, aber darfst du doch sagen. Du willst doch, dass wir reden. Meine Freundin Jana hat uns vom Lindenhof geschickt. Und es war so lecker. Also ist echt zum Empfehlen. So wie im Filmen sah der außen. Der war echt total lecker. Ja. Okay. Halt mal. Nächste Runde. Ja. Du musst es fort zeigen. Ja. Ziehen wir die Kurze Handel hier. Und immer. Hopp. Hopp. Und hochziehen. Und gleichzeitig. Diese Übungen mögen wir. Gell, Angie? Dreimal 30 Sekunden. Okay. Ab. Ziehen wir deine Hose hoch. Ab. Jetzt. Und los. Hopp. 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 Was meine Hose ist oben. Ich bin zuhause. Hallo. Normalerweise könnt ihr meinen Lieben Greenhouse umlaufen. Und ihr könnt ihr auch so Radleros anziehen. So richtig enge. So richtig enge. Und schlup. Schatzi. Das ist echt. Schön hoch die Schulter. Hau mach ich. Was? Echt? Ja. Bäm. Wie viel noch? Das ist 5 Sekunden. 5 Sekunden. Guck doch hin. Du hast viel zu spät herausgegangen. Das sehen wir nicht. Mach Zeit. Oh. Diese Mathe. Ich habe neue Mathe mal endlich bestellt. Weil meine war echt nicht mehr so gepflegt. Der war wie viele Jahre alt? War der 4? 5? Wo ich mit meiner Pilastus-Ausbildung angefangen habe. Und der riecht jetzt ein bisschen Chinesisch. Ha. Riecht es? Komm. Nicht dich. Achso. Wie jetzt? Bereit? Und? Du riecht ein bisschen Chinesisch. Und los. Ha. 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 Ich dachte schon. Ha. Asiatische Frau hier. Ja. Wenn dann. Ha. Ja. Chinesisch, Rumänisch. Ha. 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 Ja. 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 Schatzi. Das ist ein bisschen langweilig. Wenn du nichts sagst. Wenn ich nichts sage. Ja. 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 Ha. Okay. Ich sage was dazu. Gibt es eine schöne Nackenmuskulatur. Ja. Hier. Nacken. Das heißt dann Stiernacken. Nein. Und jetzt. Oh. Aber ich brauche was für das hier. Ja. Ja. Das ist so fleischig hier. Ja. Also ganz kurz. Es gibt eine wunderschöne Stiernacken. Und beim Stiernacken, der fängt dann hier an die Ohren an. Und geht dann so rüber. Ha. Kannst du mich massieren? Ja. Danke für den Hals. Oh. Kannst du mich ein bisschen massieren? Nachher. Hier. Hier. So wie weit. So wie weit. Sportler. Nein. Weiter. 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 Und los. Nein. Du guckst bitte auf die Zeit Schatz. Los. Hier war ein Fleck. Aua. Da habe ich ein Pickel. Mach ein Fleck. Mach ein Fleck. Schatz. Du hast keine Pickel. Okay. Okay. Ja. Okay. Go, go, go. Hop. Was ist los? Hop. Es ist nicht gerade angenehm. Was? Überras. Oder Mädels? Ich weiß nicht wie viele Kilo ich habe. Angie. Aber ich habe vier. Danke. Das ist echt schwer. Komm jetzt. Guck auf die Zeit. Zeit. Oh Gott. Nee das tut echt weh. Da hatte ich wirklich was. Doch das war... Der Lack. Ja. So. Hoch drücken. Trizeps. Also das ist das hier, oder? Wurst. Und Trizeps. Also Kombiübung, oder? Na ja. Oder. Oder. Hilf mir hoch. Oder. 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 Okay. Klappt nicht so ganz. So. Oh, du hast ja Wunde am Fuß. Oh. Das tut so weh, Schatz. Oh. Okay, Ladies. Die Vene. Die Vene. Die Vene. Ja jetzt kam so viel Blut raus. Meine Vene. Vene. Hochgader. Hochgader. Und los geht. Und los. Und los. Komm. Und Lizeps. Und wieder runter. Vorsicht nicht, dass das auf eure Köpfe fällt. Es wäre ja egal, das sind eure Köpfe. Ne? Also. Mal falsch verstehen, aber. So. Und weiter. Und. Zeit. Ich mach noch eine. Ja, so bist du. Das ist mein Mädchen. Das ist halt einfach. Das ist halt so toll. Ja. Arme. Arme. Will ich dünner haben. Kriege ich hin? Aber nicht mit Muckis. Ja, was soll ich sagen. Nur sind. Was spazierst du da in dem. In dem. Das sind meine Leute. Guck mal, ich los geht's. Also. Deine Mädels, oder? Alles meine. Angie. Was sagst du dazu? Ja gut, Angie hat mir schon gezeigt bei Facebook, wer hier Niklaus ist. Hahaha. Der Keanu Reeves. Ja, guten Geschmack hast du Angie. Weiter? Na ja, klar weiter. Ich spüre schon überhaupt was. Ja, jetzt schon. Aha. Das riecht voll, diese Matte. Wiehst du das? Oder die Matte? Achso. Und Zeit. Joi. Joi. Aber ist gemütlich. Welches Training? Orangie? Oder wie geht's? Anna? Teresa? Weiter geht's. Und? Du machst wurscht bisschen Pause? Nein, keine Pause. Und los. Und los. Hopp. Lieber eine Übung mehr. Aber keine Pause. Das zeigt mein Fußkranke. Ja. Hopp. Schöne Übung, gell? Ja. Ja. Sag's nochmal. Ja. Schatzi, das spüre ich jetzt schon richtig. Echt? Ja. Na gut, das hast du an sich. Aber es ist geil, wenn jemand auf dem Boden liegt. Ach, schatzi, Zeit. Guck mal bitte nach Zeit. Ja. Zeit. Du machst voll schlampig die Sachen. Nein. Du musst dir in meinen Kopf stinken, oder? In deinem Kopf, an deinem Kopf. Egal, bleib sitzen, bleib sitzen, bleib sitzen. Nein, Zeit vor. Nein, bleib sitzen. Bitte. Hier. Beine aufstellen. Ah, das tut's weh. Das tut's weh. Kurz halten. Ja, kurz halten. Aber bitte. So. Rücken gerade. Und Nacken drücken. 30 Sekunden. Schon wieder. Nein, du hast Schulterzogen. Jetzt drückst du die Nacken. Boah. Das tut weh. Das und los geht's. Jetzt. Schalte das Ding nicht mehr an. Heute nervt es. Und normalerweise nur die Kinder und dann auch den ganzen Tag. Und alle zusammen in Stereo. Wie mach du? Wenn der Sami frag. Scheiße. Weiter. Acht Sekunden noch. Sechs. Fünf. Und Zeit. Oh Gott. Was ist das? Ich finde es immer toll, wenn sie Gott zu mir sagt. Ich fühle mich dann so auf höchster Ebene. Oh Gott. Was ist eigentlich los? Nix. Das passt nicht an mir. Ich sehe es. Das sind die Tage vor der Tage. Ja, ich denke gerade nervt dich so, oder wie? Kann ich nachher gehen? Nein. Doch, ein Zieh und los geht's. Und los geht's. Ja, weil du bist nicht bei der Sache bei. Doch, ich bin bei der Sache bei. Du bist nicht bei der Sache bei. Ja, und hast du jetzt auch immer noch deine Übungen Wartemessen? Nein. Das ist noch etwas, wie du weder. Ja. Ja, das weiß ich. Ich kenne dich langsam. Ja, weiter. Oh, das tut so weh und sogar in den Rücken, in den Seiten. Ja. Zeit. Oh, da bringt ja alles vorne und hinten und Arme und Nacken und da auch. Strafe muss es sein. Die BH-Speck-Sachen. Kommen wir jetzt noch eine dazu. Echt? Kommt jetzt? Die dritte Runde? Es kommt sicher eine dritte Runde. Und? Und los. Bauchhändchen, gerade Rücken, Bauchfest, los geht's. Es ist kein Bauchtraining eigentlich. Ja, aber trotzdem, haltet eure Rücken mit dem Bauch. Nein, es ist kein Bauchtraining heute dabei. Ach so. Okay. Morgen, dann habe ich nicht geändert. Ich gucke mich besser. Schatz, wie viel ist das? Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und Zeit. Oh, was ist das? Oh. Wegstübung. Zum BH-Speck. Oh. Ja, ihr könnt BH-Speck. Muss ich mich hinlegen oder? Nein, stehen. Stehen? Ja. Hin stehen. Ich muss mir leichtere Halt besorgen. Ja, Theresa, ja. Ja. Dann nimm Wasserflaschen. So, schaut her. Nächste Übung. Ich hebe die jetzt im Untergriff. Nicht so, sondern so rum. Ja? So. 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 Von hier, hebt ihr sie hier und gerade Rücken. Und immer zieht den Wechsel hoch. Aber was, strecken das Bein hinten? Nein, nur trecken. Okay. Achtet bitte darauf, dass ihr langen Hals macht. Und gerade Rücken. Rücken gerade, Bauchwände, unterstützt eure Rücken mit dem Bauch immer. Lass den Bauch nicht hängen. Keine Powerbank. Ach. Wie heißt das? Hängebauchschwein. Heißt das? Das ist auch schön freihändig gesagt. Super. Ja, das ist wirklich. Das sage ich. Das ist ein Fakt. Oh, los. Hängebauchschwein ist jetzt hier. Hopp. Andere Bord, weiter zurück. So. Nein, nein, kein Bizeps. Nur ziehen. So. Genau. Ein bisschen weiter auseinander. Genau. Ja. Wie sieht das aus? Genau. Richtig. Nein, das ist wirklich schön. Nicht so einen langen Schritt machen. Rücken gerade. Das ist eine schöne Übung. Und das hat mit Aussen nichts zu tun. Du machst ja Sport. So. Bitte nicht immer an der Brustberührer. Bitte nicht über die Brustberührer. Bitte auseinander die Hände. Bitte. Wäre toll. Es wäre toll. Zeit. Zeit. Die hängen. Die hängen dort. Es wäre. Ja. Ah. Der Rücken zu weg. Weißt du, das ist keine richtige Übung. Das ist komisch. Wenn ich dir sage, das ist eine wunderbare Übung. Oh. Jetzt ist mir schwindelig. Nein, weil du immer schimpfst. Ich weiß gar nicht. Du hast mir versprochen, du schimpfst nicht. Ich war eine Woche weg. Aber eine Woche weg. Dann komme ich zu dir und sage, ich schimpfe nie mehr wieder. Nie mehr wieder. Und jetzt kriege ich es wieder voll ab. Und das, dass ich eigentlich nur für dich ein flexibes Training suche. Okay. 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 Jetzt sage ich nichts mehr. Okay. Jetzt gleich beleidigt. Nein, da bin ich dort. Ich brauche nichts mehr. Und aus. Du bist auf meiner Reichweite. Die wissen, was er an mir hat. Du musst jetzt so einen großen Schritt machen. Das ist kein großer Schritt. Nein. Rücken gerade. Schön ziehen. Ja, super. Sonst. Ich muss ehrlich sagen, du machst richtig toll. Ich finde das selber auch richtig schön. Sag, danke. Danke. Ja. Ich konzentriere mich, dass ich nicht schimpfe mit dir. Ich weiß. Ich weiß. Aber ich bin stolz. Zeit. Oh Gott. Oh, oh. Alles tut weh. Oh. Ja, meine Mädels. Ich sage es euch. Krase. Entschuldigung. Wir trainieren jetzt schön den Latissimus. Den trainieren wir noch einmal gleich so. Das ist das hier. Den da. Ja. Nicht zusammen quetschen. Oh. Den trainieren wir. Das kannst du ja auch nicht quetschen. Weil es Haut ist. Haut. 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 Okay. Bauch einziehen. Jetzt machen wir wieder. Auf schlaue Trenung. Und ziehen. Jawohl. Oh Gott. Aber nicht drücken nach unten. Nicht drücken doch gar nicht. Ich bin voll weiß. Aber ich gehe nicht im Solarium. Das macht alt. Zeit. Oh Gott. Das ist schon die dritte Runde. Ja. Weiter. Oh. Ja. Jetzt haben wir eine ganz tolle Übung, finde ich. Wunderschöne Übung. Jetzt hast du guckt, ob ich die mit Scheiß an der Uhrzeit kommt. Ich will noch zeigen. So. Ihr steht auf der Kurzhantel. Hier. So. Habt ihr so einen Griff? Und wenn es Flasche ist? Auch. Einfach reden. Hochziehen am Lat. Trizeps nach hinten. Runter. Ab. Hochziehen der Latissimus. Trizeps strecken. Und ab. Ja. Aber mit Flasche geht das nicht. Doch. Aber wenn die Plastikflaschen haben. Ich habe die kaputt. Hallo. Hallo. Jetzt geht die kaputt. Hallo. Jetzt geht die kaputt. Hallo. Oder erst nur ein Arm. Nein. 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 Bitte. Okay. Ja. Ja. Also. Es wäre schlecht, wenn er jetzt Milchtüte nehmen würde. Das wäre doof. Okay. Bauch einziehen, Ladies. Drücken rein. Immer schön. Neutralen Rücken. Neutralen Rücken. Los geht's. Los geht's. Oh. Das tut weh. Ich weiß. Ja. Total schöne Übung. Schön kombiniert. Jawohl. Mit dem Trizeps. Du wolltest Trizeps machen, meine Perlin. Ja. Das stimmt. Ja. Jetzt kriegst du Trizeps. Morgen ist Pilates. Dann am Mittwoch wahrscheinlich ganz Körper. Und am Freitag erst machen wir Beine. Am Freitag mache ich euch Beine. Und Zeit. Schöne Übung. Ja. Schöne Übung. Ja. Schöne Übung. Ja. Schöne Übung. Schöne Übung. Ja. Schöne Übung. Ja. Also ich kann mit meinem Bein nicht so sagen. Nein. 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 Ich weiß. Ich bin schwer verletzt. Ja. Ich bin schwer verletzt. Ganz schön. Ich weiß. Ich würde noch nichts anderes sagen. Weiter geht's. Zweite Runde. Und los. Vier. Drei. Zwei. Bauch einziehen. Los geht's. Und wechsel. Weiter. 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 Genau. Nach vier. Ja. Und jetzt ist es eine schöne Übung. Und lösen. Lösen. Schöne Übung. Ja. Ja. Sehr schön. Ja. Wie bin ich King-mäßig? Ja. Total. Der kann schon ein bisschen locker sein. Total. Wie viele Übungen sind noch? Eine. Eine noch. Okay. Bereit? Vier. Drei. Zwei. Dritte Runde. Bauch einziehen. Los geht's. Nach hinten. Hoch. 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 Ab. Hoch. Hoch. Ab. Ab. Hoch. 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 Ab. Ab. Hoch. 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 Ab. Hoch. Hoch. Ab. Hoch. Hoch. Noch eine? Ja noch eine. So jetzt haben wir noch eine wunderbare. Ich liebe die eigentlich, weil das ist eine reine Frauenübung. Die erste vielleicht nicht, aber die zweite ist wirklich ganz wichtig für die Menschen, die im Bogo sitzen und viele die Schulterplatten nach vorne bringen. Wir gehen Schulter hoch, runter, öffnen. Genau. Hoch, runter, Brust raus, schön nach hinten gehen, nicht schnell machen, schön nach hinten gehen. Und Ellenbogen eng dabei. Genau, Such die Ellenbogen an der Seite, die wir am Körper lassen. Das sind zwei Kilo, viel. Wie hast du noch mal jemand? Ach so, heben. Wir gehen raus, hoch, runter, rein. Genau, super. Das gibt wieder Muskelkater, ganz sicher. Das ist wieder so eine fiese Übung. Drei Mal. Bauch einziehen, Gleichziehen, Squat gehen. Genau, letzte Übung und Zeit läuft schon lang. Öffnen. Nein, erst jetzt. Hopp. Öffnen, öffnen. Oh Gott. Nicht los. Nicht Gott, sondern ihr Säugerschatz, bitte. Schöne Übung, richtig tolle Übung. Hoch, öffnen. Hoch. Und Zeit. Öffnen. Und Zeit. Reicht es die 30 Sekunden? Alles reicht 30 Sekunden. Ja? Ich glaube mir das. Es ist ja noch mal so, 30 Minuten am Tag reichen super. Ja, wenn wir nur eine Zielgruppe haben, also halt ein Obergruppe, also nicht... Du machst jeden Tag andere Muskelgruppe. Genau, genau. Wir alle, also man sagt, man sagt... Das Konstante ist wichtig, nicht die Menge. Also wichtig ist es, dass man dran bleibt und immer macht. Und nicht nur zweite Runde, Bauchheit und hier los geht's. Eigentlich hat man Kreatin nur für 20 Minuten Training. Kreatin braucht der Muskelheit. Der Körper produziert fast 24 Stunden, um für 20 Minuten Training das Kreatin zu produzieren. Und alles andere stößt man eigentlich hinten aus, wenn man es reinnimmt. Aber der Kopf sagt, du musst mehr, du musst mehr, du musst mehr, du musst mehr. Was nicht stimmt. Die Konstanz ist es tatsächlich. Und Zeit. Oh, die Disziplin. Und das ein Leben lang. Nicht nur eine Woche, Mädels, keine drei Monate. Und dann nicht nur vor dem Sommer. Dann fängt ihr wieder von vorne an. Daumen. Immer dranbleiben. Immer dranbleiben. Dann seid ihr immer zufrieden. Dann strahlt ihr immer Selbstbewusstsein aus. Und schimpft und habt immer eine Möglichkeit, eine halbe Stunde lang mit eurem Mann zu schimpfen, so damit er nicht beleidigt sein kann, weil er weiß ja warum. Okay, dritte Runde, letzte Runde. Und los geht's. Öffnen. Öffnen. Hoch. Öffnen. Hoch. Öffnen. Hoch. Leid ihr mit dem Ende? Öffnen. Ne, die reden ja auch nicht mit mir. Aber okay, gebt Gas. Öffnen. Hoch. Öffnen. Hoch. Öffnen. Nachher kommt noch ein Workout auf Facebook. Auf dem YouTube-Kanal sind die Neuen schon drauf. Und Zeit. Vergesst nicht. Heute Abend ist noch 2.6. Zoom. Also live. Da könnt ihr auch gerne mitmachen. Da macht ihr das, was geht. Das war's. Arms und Schultern. Bizeps war was eures dabei. Aber es ist reif, weil Bizeps ist kleiner als der Trizeps. Also der vordere ist der kleine. Das war's eigentlich soweit. Morgen, Mom und Pilates. Da bin ich jetzt nicht dabei. Morgen Pilates, genau. Da bin ich nicht dabei, weil dann darf ich nicht, weil ich bin zu gut für Pilates. Beckenbodenübungen. Beckenbodenübungen ist genau meins. Da bin ich klasse. Beckenboden bin ich klasse. Warte mal, wer schreibt denn? Sehr schönes Training. Bin sehr zufrieden. Ach, danke. Wer? Angie? Natürlich. Oh, schön. Alles, was die Beine ist, ist super. Schatzi, du musst zufrieden sein, weil wir machen jetzt. Gerne, Theresa. Also. Vielen, vielen Dank, Mädels. Tschüss miteinander. Tschüss Mädels. Tschüss.